es reicht erstmal die anderen haben wir noch nicht kupfer und so haben wir noch nicht in betrieb genommen das passt erst mal dann ist jetzt der große moment gekommen mit dem unseren ersten zug anlassen und zwar stellen wir den jetzt einfach mal hier hin dann hängen wir da vier anhänger dran 1 2 3 4 dann packen wir da ein bisschen kohle rein die hälfte hiervon und sagen du kriegst einen fahrplan und zwar von outpost irons auf 8 was inventar voll oder zeit vergangen haben wir mal 60 sekunden gut das wird unser eisenzug das heißt die mama so ein bisschen grau hier ich habe keine munition mehr fällt mir gerade auf kann auch keine bauen so wirklich unschön äußerst unschön nicht zu sagen mega nervig ja ich weiß ich muss gleich alles wieder neu bauen erzförderer alles abgerissen ok 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 muni aber keine shit ja 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 ich weiß ja ich hasse diese vier ich dachte ich hätte im griff jetzt so langsam aber irgendwie ich mich da wohl getäuscht haben sie die bushaltestelle auch schon abgerissen ne noch nicht noch nicht das blöde ist ich habe die lasertowers dabei und habe einfach vergessen sie zu erzielen unten nervig so einsteigen schnell runter da hätten wir es noch zu retten ist ja 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 ich bin ja schon auf dem weg das war es schon baut ihr das selbst wieder auf ne wahrscheinlich ist es noch irgendwo ne da kommt schon die nächsten gut dann wird es mir immer schnell in einen oder anderen turm 1 2 3 4 5 passen wir dir noch Strom ok gut und jetzt unser zug hier kommen wir nochmal ein stückchen zurück und dann schalten wir den mal auf moment da kommt gar kein eisen mehr an was ist da jetzt los da kommt wieder reisen ok schalten wir den auf automatisch ziel nicht erreichbar ja genau von hier aus nicht hast du recht natürlich da oben vor die abzeugung fahren nach so und signale habe ich noch vergessen zu setzen macht aber nichts dazu kann man trotzdem schon mal fahren lassen so jetzt automatisch gut so weit so gut sollte oben schon mal was ankommen hin und wieder lass mich mal bitte aussteigen lass mich mal bitte aussteigen ich habe nämlich gerade noch was gesehen hier da ist noch kaputt ok so die signale sitzen alle das ist in ordnung und ich überlege gerade ob ich den stacker auch für da unten das kupfernager mitverwende ich glaube das mache ich auch ähm hier wird voll geräumt ah die sind noch falsch rum das ist natürlich unglücklich das ist auch nicht sinn und zweck der sache das ist auch nicht das ist auch nicht sinnvoll das ist auch nicht sinnvoll sind alle richtig rum dann läuft hier schon mal eisen rein sehr schön wie gesagt hier die springen noch nicht an weil das gelbe bänder sind hier deswegen kommt da nicht genug durch um das dahinten die anspringen macht aber erstmal nichts kommen wir uns mal kurz die signale noch mal an hier hier muss auf jeden fall noch was passieren da ist schon ein signal da ist schon ein signal das passt da muss noch eins hin und zwar ein normales action hier das ist ungünstig oder ungünstige stelle für den signal wird schon schief gehen der er soll ja nur da hochfahren wäre das passt okay gut warum fährt er nicht los ist noch die 60 sekunden schon vergangen sein oder also weil er noch keine zielstation gesetzt hat macht sinn main station iron und da inventar leer steige ich da mal kurz ein fahre mal kurz mit weil der zug voll ist oder die zeit um ist und Okay. da fehlt noch eine kiste ok jetzt fahren wir auf jeden fall gut soweit so gut dann packen wir hier noch einen hin das war hier für die ausfahrt schon mal vorgesehen 1 2 3 er kriegt auch ein bisschen startkohle die lok wird jetzt beladen oder nicht weil ich noch kein greifer da hat schlau wie ich bin strommost und greife an der richtigen stelle gut ok dann sagen wir bei dir outpost iron south nach entweder inventar voll oder zeit vergangenen 60 und dann mainstation 1a mental ja farbe auch silber bitte und attacke ziel nicht erreichbar warum ja weil ich dann die falsche stelle aufgebaut habe ich steppe das ist ja unser eingangs eingangs gleis hier da unten ist das ausgangs gleis ok 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 1 2 3 jup nochmal iron old post k voll zeit vergangenen 60 und dann nach mainstation inventar leer leipstoff kriegst du auch noch und so gut das heißt mit eisen sollte man jetzt erst mal langsam versorgt werden hier auch wenn ihr die entsprechenden bänder dafür noch nicht gesetzt sind aber das kommt wohl vielleicht zumindest kommt der zug schon wieder 3000 hat er wieder mitgebracht sehr gut alles gut es läuft warum entladen die nix hier weil da nix drin ist ok sehr gut wie gesagt das liegt jetzt daran dass wir unten noch gelbe bände haben das passt schon ok die hier sollten allerdings loslaufen sobald der andere zug zum ersten mal ankommt damit sollte auch unsere produktion wieder loslaufen so zumindest der plan ich gar keine roten bänder mehr und dass hier ein rotes hinkommt roboter sind leider schneller als ich den mal kurz rausnehmen so dann reise ich das hier nochmal ab ist eigentlich egal das ist da oben auch nur gelb ok ok so man sieht da kommt jetzt reisen an wieder von unserem zug sehr gut allerdings hier noch nicht weil die beiden wagons leer sind alles klar aber so ist ok so wird zumindest wieder unsere eine unsere eine zeile hier wieder versorgt allerdings müssen wir jetzt hier auch mal langsam in die pette kommen weil sonst läuft das hier irgendwann voll und die station verstopft sich das will ich natürlich auch nicht ich drum herum komme ich muss einmal rote bänder hier handcraften befürchte ich hier kommt wenigstens wieder eisen das ist schon mal gut ja ich weiß dass ihr mir die gleich wieder klauen wollt macht ihr auch und hört auf das sind beide bänder werde von robotern gejagt die mich beklauen wollen hin hin so ausgetrickst ach nee wo denn schon wieder gesteilt hin brauche ich zum beispiel fash worum habe ich die jetzt nicht ausgeschaltet Batterien brauche ich Ja, 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 ich weiß ja Ich weiß ja, ich weiß ja Steuer Alles klar So, dann kann ich irgendwo per Anhalter mitfahren, eine Runde Come on, renn schneller Da ist der Lahn Da ist der Zug Da kommt der andere Zug Da nehme ich den anderen Und fahr bitte mal direkt los Man sieht auch, der Stacker funktioniert Jetzt muss er hier nämlich warten Dass die Station frei ist Wenn ich diese Penner da wieder killen kann Das ist nervig Das ist so nervig So, wo sind die Lasertürme Achso, die sind noch nicht gebaut Macht sind Gut, die werde ich erstmal nicht ersetzen können Befürchte ich Gehen wir uns noch ein bisschen Eisen schnappen da hinten Gut forgetnest by Und wenn ich einen Der Krieg Ich frage die Ich frage sie Nur Alle ich glaube bald muss ich mir mal wieder im panzer nehmen hier eine runde jetzt möcheln gehen ich weiß nicht interessiert euch das zu sehen oder soll ich das off camera machen könnt ihr mal einen kommentar schreiben das erste hier ein hin da noch einen hin zuck 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 wenn wir es schon wieder spaß gut dann läuft der außenposten hier schon mal und auch die eisenproduktion geht zur station okay was ist hier kaputt falsch rum viel abgerissen so ist noch okay jetzt werde ich mit meinen handgecrafteten teilen hier bei 1 hier durchziehen und dann wird hier schon mal produziert werden kann reicht nicht sollte allerdings jetzt auch wieder schneller gehen wir jetzt oben in dem produktionszentrum wieder eisen ankommt und wir somit wieder was ist hier los bekommt da keine kohle an da habe ich was abgerissen erscheint das natürlich auch unschön was abgerissen und dann was abgerissen Gut. Falsch da geschlossen. Boah. Nein. Den hier wollte ich anschließen. Oder den hier. Okay. Der ist auch sinnlos, aber einer von denen macht es. Okay. 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 Wir haben nicht mehr genug Kohle hier anscheinend. Je mehr jetzt hier anläuft, desto knapper wird die Kohle. Das ist auch da, müssen wir nochmal nachlegen. Kommt allerdings ein volles Band an. Aber das muss rot werden, befürchte ich, das Band. Was gerade ein Problem ist, weil ich keine roten Bänder mehr habe. Insofern würde ich sagen, ich glaube an der Stelle ist ganz gut, ganz gut der Zeitpunkt, um die Aufnahme zu beenden. Und ich mache hier mal noch ein bisschen, fix mal noch ein paar Sachen, die für euch jetzt wahrscheinlich mäßig spannend sind. Und damit sage ich dann erstmal wieder, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Condor Drake. Bis zum nächsten Mal, euer Condor Drake.